Aussagen von Sören Link sorgen für Kritik Oberbürgermeister Sören Link ist mit seinen Aussagen zur Armutszuwanderung bundesweit in den Schlagzeilen. Er hatte gestern in einer Pressekonferenz von kriminellen Banden gesprochen, die Menschen aus Südosteuropa zu uns bringen, um systematisch Kindergeld zu kassieren. Kritik ging dabei vor allem an die Regierung. SPD-Chefin Andrea Nahles will Ende September ein Treffen organisieren, bei dem die Oberbürgermeister betroffener Städte über das Problem beraten. Die Stadt will künftig Dokumentenscanner nutzen, um besser prüfen zu können, ob Papiere echt sind. Damit reagiert die Stadt auf Probleme im Rahmen der Armutszuwanderung. Es gäbe immer wieder Probleme mit falschen Geburtsurkunden und Schulbescheinigungen, so Oberbürgermeister Sören Link bei NTV. Insgesamt fordert Link weiter mehr Unterstützung von der Bundesregierung. Mittlerweile leben 19.000 Bulgaren und Rumänen hier bei uns in Duisburg. Andrea Nahles zu Gast in Duisburg Gemeinsam mit der SPD-Parteivorsitzenden Andrea Nahles haben die SPD-Ortsvereine Homberg, Rohort, Baal ihre langjährigen Mitglieder geehrt. Zum Dank für langjährige Parteitreue haben die Ortsvereinsvorsitzenden Mahmut Özdemir, Hans-Gerd Bosz und Heike Krause am Donnerstag, den 9. August im Rahmen einer Mitgliederversammlung einen Festakt ausgerichtet. Dazu luden die Ortsvereine traditionell in den Abotreff Hochheide, um den langjährigen Parteimitgliedern für ihr fortwährendes Engagement und ihre Unterstützung eine besondere Ehre zu erweisen. Horst Wilhelm Löser und Hans-Joachim Paschmann bekamen aufgrund herausragender Verdienste die Willy-Brandt-Gedenk-Medaille verliehen. Andrea Nahles kam in ihrer Ansprache außerdem auf das Thema Kindergeldmissbrauch durch Zuwanderer zu sprechen. So betonte sie, dass der Missbrauch bekämpft werden müsse und dass Städte wie Duisburg, die besonders von Zuwanderungsproblemen betroffen sind, nicht alleine gelassen werden dürfen. Ergebnisse von Apothekenkontrollen liegen vor. Seit August 2017 hat Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann die Apothekenüberwachung im Land durch mehrere Erlasse neu geordnet. Im Zuge dieser Neuordnung wurden alle 116 Apotheken, die Patienten individuelle Krebsmedikamente herstellen, sowohl durch unangemeldete Inspektionen als auch durch unangemeldete Probenentnahmen kontrolliert. Die nordrhein-westfälische Arzneimitteluntersuchungsstelle im Landeszentrum Gesundheit hat insgesamt 123 Proben mit unterschiedlichen Wirkstoffen untersucht. 122 Proben, das sind 99,2 Prozent, waren analytisch nicht zu beanstanden. Die Zubereitungen entsprachen hinsichtlich Wirkstoffidentität und Wirkstoffgehalt den Patienten individuellen ärztlichen Verordnungen. In einem Fall untersagten die Behörden bis zur Beseitigung der festgestellten Mängel vorübergehend die Herstellung von Krebsmedikamenten. Die in dieser Apotheke entnommenen und untersuchten Proben entsprachen allerdings der ärztlichen Verschreibung. Neues Alten- und Pflegegesetz Die Träger der Seniorenheime in Duisburg sind seit dem 1. August verpflichtet, eine Einzelzimmerquote von 80 Prozent einzuhalten. Einige Seniorenheime in Duisburg tun sich jedoch schwer, die gestiegenen Anforderungen an die stationäre Pflege umzusetzen. Besonders vom Unternehmen Procuritas, das mehrere Heime in Duisburg betreut, kommt Kritik auf. Die Einrichtungsleiterin des Pflegeheimes in Marksloh steht der Einzelzimmerquote zwiespältig gegenüber. Im Procuritas leben vor allem viele jüngere Menschen, die mit Sucht oder psychischen Problemen zu kämpfen haben. In diesen Fällen sei es von Vorteil, in einem Doppelzimmer zu leben, da sich die Bewohner so besser umeinander kümmern könnten. Um die neuen Anforderungen zu erfüllen, hat der Träger von der Stadt Duisburg nun fünf Jahre mehr Zeit bekommen. Im Gegenzug verzichtet Procuritas auf Pflegewohngeld. Rheinpegel in Duisburg sinkt unter zwei Meter. Durch die anhaltende Trockenheit hat der Rohrorterpegel die Zwei-Meter-Marke unterschritten. So niedrig war der Wasserstand des Rheins schon lange nicht mehr. Hier in Duisburg-Rohrort sprechen wir so ungefähr ab 1,80 Meter von Niedrigwasser. Das ist dann natürlich, wenn man den ganzen Rhein betrachtet, sehr unterschiedlich. Es gibt beispielsweise auch noch den Pegel Kaup. Das ist so für den Mittel- und Oberrhein entscheidend. Da sind wir im Moment noch bei 75 Zentimetern. Aber da spricht man so von ganz akutem Niedrigwasser ab 40 Zentimeter. Der niedrige Rheinpegel hat vor allem Folgen für die Binnenschifffahrt. Auf dem Rhein können dadurch Güterschiffe nicht mehr voll beladen werden. Die Binnenschiffer bleiben aber gelassen und verweisen auf langjährige Erfahrung mit sommerlichen Wasserständen. Auf bestimmten Strecken wird mit reduzierter Ladung gefahren. Dafür müssen mehr Schiffe fahren. Auch die Industrie hat bereits reagiert. Bei ThyssenKrupp fährt man Erz und Kohle aus Rotterdam derzeit in Vierer statt Sechserverbänden. Die Schubboote mit nur vier Leichtern müssen dadurch öfter fahren. Start der Ruhrtrinale im Landschaftspark Duisburg Nord Im Landschaftspark Duisburg Nord startete gestern Abend die Ruhrtrinale. Das Theaterfestival begann mit der Deutschlandpremiere des Stückes The Head and the Load, ein Stück über die Rolle Afrikas im Ersten Weltkrieg. Im Rahmen der Ruhrtrinale sind bis zum 23. September mehr als 30 Produktionen und Projekte mit insgesamt rund 120 Aufführungen rund um Theater, Musik, Schauspiel und Tanz geplant. Vor der Eröffnung hatte die Ruhrtrinale mit einer Antisemitismus-Debatte um die Haltung der neuen Intendantin Stefanie Karp zu Israel für große Diskussionen gesorgt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte seine Teilnahme an dem Kulturfestival daraufhin ab. Der Landschaftspark Duisburg Nord ist einer von zahlreichen Spielorten im Ruhrgebiet. Ruhrgames kommen 2019 nach Duisburg. Vom 20. bis zum 23. Juni 2019 kommen die Ruhrgames in den Landschaftspark Duisburg Nord und wird damit Bühne für mehr als 5000 Aktive. Die Planungen beim Regionalverband Ruhr als Veranstalter des Sport- und Kulturfestes sind bereits angelaufen. Die Ruhrgames 2019 vereinen ein vielfältiges sportliches Wettkampfprogramm in 17 verschiedenen olympischen und Trendsportarten mit einem offenen Kulturangebot bestehend aus Streetart und Livegames. Zum Auftakt und Abschluss der Ruhrgames sind Konzerte mit namhaften Künstlern geplant. Ein internationales Jugendbegegnungsprogramm für bis zu 2000 Jugendliche aus rund 40 Ländern ist ebenfalls fester Bestandteil der Veranstaltung. Partner des RVR bei den Ruhrgames ist die Stadt Duisburg, der Landschaftspark Duisburg Nord, sowie die Stadt Mülheim an der Ruhr, die sich mit einem Trendsportangebot beteiligen will. Das Land unterstützt die Veranstaltung, die nach 2015 und 2017 zum dritten Mal stattfindet mit 1,1 Millionen Euro. Überwiegend Sonne mit vereinzelten Regenschauern und Temperaturen bis zu 24 Grad. So zeigte sich heute das Wetter in Duisburg. Morgen sieht es ähnlich aus. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Sonne kann sich aber am Nachmittag durchsetzen. Das Thermometer erreicht 13 bis 24 Grad. Am Sonntag kommt der Sommer dann wieder zurück. Die Sonne strahlt den ganzen Tag über. Von Regenschauern ist keine Spur. Die Temperaturen steigen auf warme 29 Grad an. Die neue Woche startet dann wechselhaft und regnerisch. Vereinzelt kann es außerdem zu starken Gewittern kommen. Das Thermometer erreicht 18 bis 28 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru Autohaus Vingenta in Neumühl. Achtung, liebe Autofahrer, es wird wieder geblitzt im Stadtgebiet. Unter anderem in der Forststraße in Wannheimer Ort und in der Oranienstraße in Düssern. Außerdem behindern Baustellen den Verkehr. In Neudorf ist aus der Koloniestraße zwischen Kommandantenstraße und Grabenstraße in Fahrtrichtung Grabenstraße eine Einbahnstraße geworden. Die Straßenbaumaßnahme beinhaltet Fahrbahnarbeiten und Arbeiten an den Nebenanlagen. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Straßenbauarbeiten werden voraussichtlich bis November andauern. Außerdem ist in Hochfeld die Werthauser Straße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten zur Fahrbahnsanierung. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Dezember dauern. Studio 47 wünscht allen eine staufreie Fahrt und einen guten Start ins Wochenende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017